Was ist der BOMO-Click? Das Unterhaltsame, das ist auch was uns bei Alko gefällt und bei der Unterhaltung finden wir, darf natürlich auch Informationen zu was gibt es auf Fahrwerksgebiet von Alko nicht fehlen. Deswegen machen wir immer wieder bei neuen Produkten Filme mit der Markus, wo ihr als WOMO-Click Freunde einfach erfahren könnt, wie läuft so ein Test-Drive ab, was bietet die Alko-Luftfederung. Und wir haben damit einfach die Hoffnung, dass wir ein Stück weit zu eurer Unterhaltung mit beitragen und Markus mit seinen ehrlichen Kommentaren, ja, gibt dann auch gerne seine fachliche Meinung als Reisemobilist nochmal dazu ab. Markus, weiter so, uns gefällt die Unterhaltung, die du machst und ich glaube nicht nur uns, sondern einfach jedem WOMO-Mobilist.